Warum läuft denn das Spiel nicht? Was ist denn da los? Scheiße! Mann, warum geht denn das Spiel jetzt nicht? So, liebe Leute, ja, jetzt sind wir drin, es ging gerade irgendwie nicht, ähm, keine Ahnung, warum, ich konnte zwar den Mauszeiger bewegen, aber nur in einem kleinen Feld. Naja, jetzt geht's. So, wo waren wir denn das Ding? Sieben. Wo müssen wir denn? Äh. Ach ja, wir sollten ja hier voren, ne? So, ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Ach ja, genau, hier waren wir. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Ähm. Ach du, das ist ja, mhm. Herzlich Willkommen bei Letz... Das kotzt mich schon wieder an, dass wir sofort am Arsch sind. Leute, wisst ihr was? Jede Alien-Folgen ist wieder schrittkalt hier. Obwohl eigentlich gerade ganz schönes Wetter draußen ist. Ja. Es ruckelt gerade ein wenig. Warum tue es das? Es hat... Ich habe eine Anzeige unten im Bild. Neue optimale Spieleinstellungen werden heruntergeladen. Ich muss mal ganz kurz minimieren. Ich muss in meinem Maus zeigen. Da. So, wieder maximiert. Da kommt das Junge um die Ecke gesprungen. Da frisst es einfach den, 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 den cooleren. Einfach weg, es snabbled. So kann man sich zu... Kär... Also... Relax, ja. Nehmen Sie den Aufzug zum unteren Krankheitsstation. Oh, mhm... Auch so... Das darf man noch aufzukommen. Nachher hat das für uns... Im sogenannten... Boah, alter. Gänsehaut pur. Oh, je. Das hat gerade... Das hat gerade was leckeres Essen gekriegt, glaube ich. Oh. Oh. Scheiße, warum ist das bei Alien immer so, weißt du? Das kann schon eigentlich nicht wahr sein, weil... Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, dass wir das bei tun. Wir gehen nochmal zurück. Ja, ich will da... Ach, scheiße. Wir müssen nicht drücken. Was ist das Ausrufezeichen von Interesse? Ich weiß, wie kommen wir da rein. Äh... Also, wir müssen... Also, hier... Mh... Schieh die... Mh, irgendwo müssen wir... Irgendwo, ähm... Oh, ich weiß es doch auch nicht. Irgendwo... Irgendwo... Muss hier... Ich hoffe, dass es echt nicht richtig ist, wie eine Waffe oder sowas. Das wäre scheiße. Das sind Tricksvieh. Wir könnten rennen und hier... Offen das... Mh... Und hoffen, dass... Ja... Betrümsel schacht. Ah, komm, Risiko. Ja, ich weiß es nicht. Das war doch eigentlich ganz safe und easy. Und... Ja. Nur vollkommen klar. Ich habe einen Zug vorbei. Ja, wir haben auch geil. Weiß nicht, ob man das hört. Es kommt gerade ein Auto. Stop, 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 stop. Na, hier war man noch gar nicht. Lasst mal sehen. So. So. Tür ist verschlossen, den Schaft würde ich mir noch ganz gerne angucken. Hier ist alles verschlossen. Was ist das? Was ist das? Ah nein. Ok. Auch frisch. Elektro-Schocker. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock das zu lesen, weil ich bin der Meinung, es ist vielleicht nicht so. Also mittlerweile habe ich das mit dem Q so ein bisschen drauf und dann drücke ich Q, wenn das eigentlich ein privates Terminal. hier. Na toll. hier. Na jetzt. Ah, jetzt geht das. Ah, ok. Na toll, ich weiß schon was uns nächste Aufgabe ist. Suchen Sie dieses Scheißteil. Finden Sie ein Medikit? Was finden Sie ein Medikit? Das ist eine ganz gute Idee mal ein Medikit zu verwenden. Können Sie sich mal jetzt reinjagen. so. Und jetzt. Jetzt müssen wir das teilweise nicht benutzen, hier dieses Bild aufbauen. Jetzt geht das wieder nicht. Nochmal. Komm, jetzt funktionieren. Ist komisch. Ich hab's nicht unterschrieben. Ja. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. das sind teile es ist jetzt mal finden sie ein medikit die die irgendeine es sind medikit hier drin die sie hier drin sind finden Termine Ich hab voll Bammel, wenn das viel zu herankommt. Können wir uns vielleicht noch eins bauen? Können wir das jetzt machen? Das mache ich mal eben. Aber das hilft auch nicht, zwar. Au! Das ist jetzt natürlich doof. Das heißt hier irgendwo ist ein Medikit. Mal gucken. Ist hier vielleicht eins drin? Ist hier vielleicht eins drauf? Nein. Hier war nur noch Schott drin. Jawohl. Die Teile können wir nicht mitnehmen. Was sollte denn hier? Ein Medikit sein? Ah, guck mal. Können wir jetzt rein? Ach, hier. Hier, hier, hier. Ach, geh weg. Hier. Hier ist der Leck. Hier. Hier. Hier ist es. Wir könnten jetzt tot sein. Aber ich beende mal hier ganz kurz die Folge. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die Zelle darüber bringen müssen, oder was auch immer das für ein Teil ist. Bis dann!